In diesem Quick-Tip möchte ich dir zeigen, wie du mit Geschwindigkeiten bei direkten Proportionen rechnen kannst. Wir haben hier ein Auto, das mit einer Geschwindigkeit von 45 km pro Stunde fährt. In der Mathematik ist es so, dass wir bei solchen Beispielen immer von einer konstanten Geschwindigkeit ausgehen. Das bedeutet, das Auto fährt über die komplette Dauer von beispielsweise einer Stunde konstant 45 km pro Stunde. Wenn wir diese Information nun in einer Zeitwegtabelle darstellen wollen, kann ich für eine Stunde also 45 km eintragen. Möchte ich wissen, wie weit ich in 30 Minuten komme, dividiere ich hier einfach durch 2 und ich erhalte 22,5 km. Möchte ich das Ganze nun für 10 Minuten wissen, teile ich die eine Stunde nun durch 6, ebenfalls durch 6 und ich erhalte nun 7,5 km. Möchte ich zu guter Letzt noch wissen, wie weit ich in eineinhalb Stunden kommen würde, würde ich meine Ausgangsinformationen mit 1,5 multiplizieren und ich erhalte dann 67,5 km. Diese Daten lassen sich natürlich nun auch in einem Diagramm darstellen. Ich habe bereits ein Diagramm vorbereitet und fertig beschriftet. An der x-Achse habe ich als Einheit 10 Minuten gewählt und an der y-Achse 7,5 km. Nach einer Stunde, also 60 Minuten hätte ich nun 45 km zurückgelegt. Ich kann also hier meinen ersten Datenpunkt setzen. Nach 30 Minuten, einer halben Stunde, habe ich 22,5 km zurückgelegt. Nach 10 Minuten habe ich 7,5 km zurückgelegt und zu guter Letzt nach eineinhalb Stunden, also 90 Minuten, hätte ich 67,5 km zurückgelegt. Diese Datenpunkte lassen sich nun noch verbinden und ich erhalte eine Halbgerade, die im Ursprung startet, da ich natürlich bei 0 Minuten, die ich gefahren bin, auch 0 km zurücklege und die durch alle vier zuerst berechneten Datenpunkte verläuft.